Hallo Leute, jetzt kommt zu einer ersten Folge Star Wars Battlefront 2 Ich kenn die Map nicht, hab den Monos nie gespielt Das glaub ich nur erobern einfach nochmal Also... Das Spiel hab ich jetzt so zwei Wochen durchgespielt Also, in zwei Tagen hab ich die Kampagne durchgespielt Also ich hab es nicht an einem Tag durchgemacht halt Die Kampagne hab es schon in zwei fischen Tage gebraucht Na, ich will nicht Na komm, zeig dich doch Bruh Na, Minigun Kann ich damit ein Schiff zerstören? Keine Ahnung, ich brauch jetzt drei Jahre und zehn Ja, okay, ich komme langsam nach Ich bin nur ein Juggernaut mit ner Scheiss Minigun Alter bin ich langsam mit der Minigun Wir übernehmen die Kontrolle über Kommando Posten dort Oh, tot Schat Jetzt hab ich gut Punkte geholt Ich könnte theoretisch jetzt fliegen Aber... Ja, nein, vielleicht Ich könnte nix früher fliegen jetzt Na Ja Spawn mal bei D, weil... Bei D ist jetzt grad Party D Nicht B Was wollte ich jetzt zu B B ist tot die Party Ich dachte, die haben es endlich geschafft, aber nee Okay Weg, weg, weg Drei Zwei Eins Kill Kill Die müssen sich aber schon zeigen, dann könnte ich Kills machen Dann könnte ich Kills machen Oh, Kenobi ist auch am Start Wookie Krieger könnte Chewbacca vielleicht sein Oder ein normaler Wookie Krieger Die Prinzessin hat sich uns angeschlossen Na ja Wofür hat die Granate Wofür hat die Granate Äh Lol Ach nee, darf Vader Da, Vater Ach, Vater, lass mich doch in Ruhe Mein Gott Mein Vater, fuck mich schon wieder ab Es ist einfach nur so dämlich, Alter Es ist einfach nur so dämlich, Alter Mein Vater, fuck mich schon wieder ab Es ist einfach dämlich Es ist einfach dämlich Oh shit, 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 shit Minigard Power Minigard Power Boah Ja, jetzt hab ich Jetzt hab ich das kleine Viech Na Ich versuch's nochmal Warte, kann ich da noch was leveln Habe ich überhaupt noch einen Punkt Ich kann's jetzt nicht leveln mehr Müsstest am Anfang der Runde machen Bro Ah, aim Aua Aua Mama Aua, das tut weh Es gibt ne Anzeige wegen Körper Kropperbelästigung Eier Sach, ne Versuchten Mordes Wenn Totschlags Gibt ne Anzeige wegen Totschlags Mann, Aiden, stirb doch Tod Oder ist es Aiden oder ist es Kopfgeldjäger? Ach, weiß keiner Ist ja eh kein Schwein Ist ja eh kein Schwein Vater! Vater! Stirb! Ja, ich mach Ich töt's fast Vater Ja, also er überlebt trotzdem Durch keine Runde Ja, ne Schiss, ne Ach komm, das ist jetzt so nötig dann Tod Komm, zeig durch Geht nicht in die dunkle Seite der Macht Bitte Ja, 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 jetzt kann ich schießen Okay Hab gestaubt Dreck Wie maximale Anzahl Oh Oh Okay Okay Kenobi kann man hier auf dem mit Not spielen Könnte als einziges Luke oder Yoda spielen Mit Lichtschwert Safe kommt wie der Pfarrer und tötet mich Ich kann ja nix verschaffen Waffentechnisch hab ich ja eh nix neues Jo Keine Ahnung Wir haben immer noch nur B Okay Vater, bleib doch stehen Ah, Maul Halt's Maul Jetzt stirb Maul, stirb Fuck you, Maul Ich weiß, dass man Maul ausspricht Darf Maul Aber ich mag ihn Maul nennen Mein Vater ist ja sein Maul hält Na, Sniper will ich nicht spielen Boah, krieg ich das schnell Soll ich jetzt warten einfach? Ach, dann müsst ihr die Wahrscheinlichkeit Hört, dass ich es mitbekommen Jo Da Jo Hat ja nicht geklappt Jo Na, neit Größe Größe spielt keine Rolle Ach man Jo Da ist ja nicht so fett Ich sieh mich Aua Ich hab Granate Na, rückzug Wo bin ich unterzahlen? Wo bin ich unterzahlen? Okay Okay Keine Freunde Mann Warum killest du das? Das wär meiner Scheiß Dieb Scheiß Dieb Ach, die Druiden gehen deutlich schneller down Oh Da war ein AT-ST Scheiße Das bringt ihm jetzt einen Kampfläufe, jetzt ernsthaft Das ist ein AT-ST, deutlich geiler Ja Maximale Anzahl Okay, ich kann nicht fliegen Oder ich darf nicht fliegen Jetzt hab ich aber auch mal Yoda gecheckt, wie man ihn spielt Ja und Han Solo wurde besiegt, also Scheiße Das wär so ein Freakill, ich wollte ihn aber so gerne mit dem Minigun killen So ein Bastard da oben Na Ich wollte auch die Minigun Niederlage, ja gut Ich glaub ich mach noch ne Runde Ich bin mir nicht sicher Ja komm, kack drauf wenn die ne Stunde Wenn sie aufnimmt, dann ne Stunde dauert es mir auch egal Na gut Ähm Zeit Ja moin Scheiß Tai Ja, mit Yoda bisschen EP gemacht, sogar ein Level bekommen Macht doch Spaß Persönlich, ja Okay Ja, da achte ich eh nicht drauf 15 Kills Und Platzierung ist okay Geht natürlich immer besser, aber Geldtechnisch sau wenig Also jetzt warten wir mal Ja, wie ein Vier Ja, wie ein Vier Okay Vier reißen nach Ja, wie ein Vier Und streckenweiß gefühlt Drei Uhr morgens ist gefühlt Es ist aber nett, es ist zwölf Uhr Ein großer Tempel Ich... Ich... Ne... Da sollten die eigentlich nur den Imperator und äh... Darth Vader spielen können Würde... Würde ich sagen Einfach das Fairness halber Ja... Das ist ja richtig unfair gewesen Die konnten Darth Maul spielen, obwohl der in der ersten Episode war Kaun Doku, der war in der zweiten und für General Resist, dritte und Taurus Klon war es natürlich alle Ich kann etwas leveln Kampfschild oder... Kampfschild Besser ist immer besser Die Logik Besser ist immer besser Na gut Okay, wir haben 100 Leute, wir müssen drei Dinge expedieren lassen Ah Das sind Juggernauts Die überleben mehr als ein Hiti Oder ein Sif Oder alle beide zusammen Ich gebe euch Feuerschutz Ich gebe euch Feuerschutz Mann, Mate, ich seh nix Scheiß Sniper da oben Ähm... Bruh... Wie hat er sich denn so durchgecheatet hat? Fuck... Bereit machen, kein Feind nähert sich Oh ne, 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 ne... Fuck... Oh ne, 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 ne... Fuck... Im Kampf alle... Ja... Standard... Ist das klar Weißt das nicht... Okay... Muss ich's halten... Ja, ich will auch gewinnen... Ja, ich will auch gewinnen... Doch... Sabotiert... Wie denn das? Scheiße... Habe ich überhaupt den richtigen? Haben wir den ausgerissen gehabt? Ach, keine Ahnung... Den will ich aber... Dann rennen wir mal durch... Aufwann ich überleben wir mehr als paar Minuten... Na... Ah... Wir haben uns gegenseitig gekillt... Geil... Wir haben uns getradet... Lul... Na... Ein Versio... Boss... Gibt mir Geld... Wenn Luke in der dunklen Seite wer... Pfarrer... Ich brauche Geld... Gib mir... Ich brauche jetzt die Imperialen Kredits... Und sterbe ich auch noch heute irgendwie... Keine Ahnung... Das Prinzip... Weil ich nichts habe... Aua... Da oben... Okay... Den Typen... Wenn ich mal... Vielleicht die Hölle heißen... Mal jetzt... Mal jetzt... Mal jetzt... Mal jetzt... Mal jetzt... Mal jetzt... Mal sehen... Was das Ding drauf hat... Kill... Na... Na... Ey man... Es... Nennen sie es... Es... Es spielt... Aber... Ja gut... Es gibt es ja... In dem Game... Stimmt auch... Egal... Es auch Kaffee... also was habe ich immer schon wieder sie haben die sprengsätze deaktiviert kanto wurde besiegt nice wir haben verloren ja gut belastend ich habe nur vier kills gemacht drei kills ein assist wird trotzdem meist sechs verluste ja und ich hoffentlich hat es euch gefallen dieses video bewerten nächstes mal wird glaube ich war fest gespielt so je nachdem also ein anderes spiel bekommt ihr auch recht oft terraria vor allem weil ich noch so viel terraria videos habe ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten mal